Fahr da lang und schmeiß es da raus. Zack. Zweimal kopieren. Hier in die Tongruppe rein. Ja, so natürlich nicht. Und einmal Abfahrt. Und einen Ersatzteilzug bräuchten wir da jetzt noch. Ersatzteile gäbe es da. Das würde, glaube ich, auch Sinn machen, das von da zu nehmen. Da müsste ich aber eine Möglichkeit schaffen, dass der Ersatzteilzug dann irgendwie da auch draufkommt. Das heißt, wir müssen eben hier eine Zufahrt möglich machen. Oh. Ach so, halt. Und er muss dann auch wieder hier rumkommen. Oh, da muss ich jetzt hier so eine Verbindung rüber bauen, oder wie? Es wird ja mal schlimmer, die Stelle hier. Scheiße. Hä? Ach so, da unten steht ein Signal. Naja, das sieht doch irgendwie... Na gut, egal. Was macht die Brücke da? Ach so, die wollen einmal herumbauen. So, Ersatzteile. Mache ich das mal einfach und... Also, jetzt ist es der richtige. Ne, das Depot muss ich nehmen. Genau, Ersatzteile, Ersatzteile. Gut, ich denke mal, das sollte für 90 Tage reichen, die Route. So, haben wir noch irgendwo Ton. Boah, ich finde das schon geil, wenn man hier diese Sandbank abgrasen könnte. Aber du kannst es halt hier nirgendwo... Dingsen, weil das halt außerhalb... Also, das reicht halt hier ganz knapp. Das heißt, man müsste schon hier irgendwie... ...einen Hafen irgendwie reinbauen. Naja, aber eigentlich würde das doch... Wie wäre denn, wenn ich... Ja, ich könnte natürlich auch mit zwei Schleusen hier... ...zwei Höhen... ...zwei Höhen überwinden... ...und dann ein Aquädukt bauen, aber das ist ja auch nicht so geil. Hm. Ich würde sagen, bei Bonn ist hier mal so ein bisschen um... ...Du... ...und so sehr schlimmest du... Das war's für heute. Das ist blöd, da ist die Stütze direkt im Fluss, das muss da glaube ich auch nicht sein. Dann machen wir die andere Brücke. Das bummeln auch um. So, jetzt können wir nämlich hier zumindest erstmal noch... ...die Haufeneinfahrt bauen. So und dann... Na gut, das würde ich mir eigentlich gern freihalten, falls ich hier noch erweitern muss. Wahrscheinlich müsste ich dann irgendwie... ...den Bahnhof... Wo wäre das denn gehen? Wenn ich... Ja, dann mal suchen... Tja, dann sehen wir so einen kleinen Komplettumbau hier an der Stelle. Ja... 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 So, genau... Hm, die Brücke würde ich ja noch mal so lassen. Das ist natürlich ein bisschen wilde Streckenführung hier an der hier rum und... So, genau, jetzt muss ich jetzt ein bisschen wieder auswaschen hier. Und jetzt können wir einen Dock bauen. Und eine Werft. So, gut. Wir haben es doch einigermaßen gut gelöst. Guck mal, die stehen in der Verpackung her. So... Na, gucken wir mal. Ja... 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 Untertitelung des ZDF, 2020